Sieh, ich habe meinen Zahnarzt gewechselt, weil er einmal gemeint hat, er muss jetzt lustig sein. Komm ich eigentlich zu ihm, sagt er, ja, unten der Zahn da rechts, der muss raus, den muss ich reißen. Sag ich, was, sag ich, reißen, da krieg ich ja lieber ein Kind. Sagt er, da müssen Sie sich gleich entscheiden, da muss ich einen Stuhl anders einstellen. Ist doch nicht lustig.